Die Last des Krieges ist eine schwere Bürde. Der Preis ist zu hoch, um die Mittel zu rechtfertigen. Es wird Jahre dauern, bis zur Wiedergutmachung meiner schrecklichen Gewalttaten. Ich habe gehört, wie Sie es handhaben, mit unliebsamen Menschen umzugehen. Das war vor langer Zeit. Meine Tochter verschwand vor zwei Tagen. Und was treibt dieser Kerl sonst? Drogen und Menschenhandel und Erpressung. Jemand muss dem Kerl das Handwerk legen. Ich hole ihre Tochter. Ein Elite-Team. Wir brauchen die richtigen Leute für den Job. Bringen wir die Crew wieder zusammen? Eine letzte Mission. Der Kampf muss im Inneren stattfinden. Ein letzter Kampf. Wir gehen rein als Schatten und raus wie Donner. Noch ein Gesicht von früher. Hab keine Angst. Noch nicht. Deine Worte verletzen mich. Steven Seagal. Attrition. Die Macht der Gewohnheit. Die Macht der Gewohnheit. Jungs. Ich hole mich. Wer hat die Tür.